CHS Rechtsanwälte. Wir sind bundesweit präventiv beratend und in der Strafverteidigung tätig. Unsere Mandantschaft setzt sich aus kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Privatpersonen zusammen. Unsere Fachanwälte für Strafrecht beraten und verteidigen sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen bundesweit. Strafrechtliche Ermittlungen haben enorme Auswirkungen auf die Betroffenen. Durch Suchungen, Kontenfendungen, Untersuchungshaft und mediales Interesse sind belastende Situationen, denen sich der Beschuldigte ohne anwaltlichen Beistand hilflos ausgesetzt sieht. Unsere Aufgabe sehen wir darin, uns in jeder Situation mit unseren Kenntnissen und Erfahrungen vor den Mandanten zu stellen. Wir gewährleisten durch hohen Einsatz, dass unserem Mandanten die ihm zustehenden Rechte nicht verwehrt bleiben und seinen Interessen Gehör verschafft wird. CHS Rechtsanwälte Dortmund. Bis zum nächsten Mal. following sait es. Erstens. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.